Ich quatsche erstmal noch mit Draco. Hm, sag mal, was ist dein großes Geheimnis? Was? Meinst du ein Geheimnis? Naja, erinnerst du dich überhaupt daran, was du gesagt hast, während du unter Gandalfs Spruch standest? Nein. Oh, dann tut mir das leid. Also ich habe schon zu viel gesagt. Einfach zu viel. Ja, aber was habe ich denn gesagt? Also was ist denn mein großes Geheimnis? Hm, du sagtest, du findest Lauren nicht attraktiv. Facepalm! Sag mal, was genau ist denn falsch daran? Ich meine, Lauren wird dich bestimmt nicht umbringen, wenn du denkst, dass sie, äh, wenn du nicht denkst, dass sie attraktiv ist. Naja, ich ist so, ich, ich, ich geht nicht wirklich um sie. Hm, Saren studiert Draco in der folgenden Stille. Es gibt immer noch ein, äh, geheime, eine geheime Schicht unter ihm sozusagen, die er versteckt. Also er, er hat ein Geheimnis. Und, äh, diese Schicht schien nicht immer versteckt zu sein. Saren wünschte, dass es einen Weg gäbe, um Draco aus diesem, äh, ja, aus diesem, aus diesem, aus diesem, aus seinem Versteck zu locken und quasi mit ihm real zu sein. Also so ein bisschen ehrlich. Ich glaube, Draco ist schwul. Und er will es einfach nur nicht zugeben, weil ich meine, er findet Lauren unattraktiv und er sagt, es liegt nicht an Lauren, sondern es liegt an, dass sie eine Frau ist wahrscheinlich. Hm. Dann realisierte Saren plötzlich, wie merkwürdig es doch ist, äh, ein Bedürfnis zu verspüren, etwas mehr über einen Mann zu erfahren, der ihm eigentlich ursprünglich nur auf den Sack gegangen ist. Und zwar im negativen Sinne. Hm. Hm. Tja, da war er. Wünschte sich, dass Draco etwas mehr sagen würde. Aber er tat es nicht. Gut, quatschen wir nochmal mit ihm. Gibt's nichts Neues. Das heißt, wir reden nochmal mit dem Zwerg. Oder können wir mit ihr noch was sagen? Ah, gut, hatten wir schon. Das heißt, im Endeffekt, auch wenn wir mit anderen Charakteren zwischendurch reden, wir kriegen keine neuen Gesprächsoptionen. Weil es könnte ja sein, dass wir zwischendurch noch was Neues erfahren. Sag mal, hat deine Axt denn einen Namen? Ja. Gut, das war das Handy. Langsam werden meine Getränke hier kalt. Ah, warum fragt ihr Leute mich das? Warum fragt ihr Leute mich das überhaupt die ganze Zeit? Ich mein, dieses, äh, dieses verdammte Ding hat keinen Namen. Es ist einfach nur ein Stück Metall. Hm. Friendly. Hm, aber manche Leute verehren quasi. Ihre, ihre favorisierten Waffen. Ich meine, äh, du hast doch wohl schon mit deiner Waffe harte Zeiten durchgestanden. Vielleicht einfach nur wegen dem Glück, den sie, die sie dir bringt. Ja, ich weiß, warum ihr Leute, äh, ihren Namen gebt. Äh, denkst du, ich sollte das ja auch tun? Bah. Ich glaube, es ist noch, ne, die Axt ist noch nicht mal ganz. Ich mein, äh, hier, der, 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 da ist so ein Edelstein, der ist da rausgefallen vor langer Zeit. Und, äh, wenn ich, ähm, wenn ich ganz sentimental über eine Waffe werde, dann, äh, na, ich mein, äh, dann ist sie die beste Waffe, die ich jemals hatte. Schnell weiterklicken, bevor jemand merkt, dass ich hier Quatsch übersetze. Hm, dann, äh, haben wir wohl den Benennungsprozess für, äh, was? Ah, dann, äh, bewahren wir uns den Benennungsprozess für eine Axt, die du vielleicht besser wertschätzt als dieses krüppelige Ding hier. Ei. Gut, äh, da quatschen. Sag mal, leben alle Zwerge in den Bergehen? Nicht alle. Dora, zum Beispiel nicht. Äh, zumindest das, was ich gehört hab. Ich mein, äh, ich komme aus Hammer, äh, aus Hammerhänden. Das ist, äh, ein, ein glänzendes, äh, verrauchtes Biest einer Stadt. Wir haben ein großes, großes, äh, eine große, große Festung gebaut. Auf der Seite eines Ma- äh, eines Berges. Und, ähm, unsere Festung ist die stärkste, die es gibt. In ganz Araworn. Hm, sogar stärker als die... Oh, unheimlich geile Zitadelle. Jo, da kannst du deinen Arsch drauf verwenden, Junge. Joking! Hm, Lauren wird da wahrscheinlich anders drüber denken. Sie kann mich, äh, so viel bekämpfen, wie sie will. Äh, Zwergenhände bauen die besten Schlösser, beziehungsweise, äh, Festung. Und es gibt keine, äh, keine andere Meinung darüber. Wenn wir irgendwann mal da durchkommen, dann wird sie schon sehen, was ich meine. Hm, lebst du also in den Minen? Also, ich hörte, Zwergen tun sowas. Wat? Verfick nochmal, nein! Minen sind kalt! Und, äh, mein, was? Äh, äh, und mein Wagen hätte seine Räder schneller verloren, als du quasi, äh, einen empirischen... Wat? Schneller, meine Räder wären schneller verloren gegangen, als ein imperialer Streitmacht in dem Wald. Was? Meine Füße werden, äh, ich hätte meine Füße lieber über, als unter der Erde begraben. Okay, der steht also nicht so auf Bergwerk. Quatschen wir nochmal mit dem. Meine Axt wird langsam ruhelos, die braucht ein bisschen Fleisch. Gut, die Stimme ist immer noch nicht optimal. Die wird sich wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme schon wieder ändern. Charakterquests. Haben wir nicht. Okay, please note that the quests have very tough battles. Don't try them unless you're well prepared equipped. Wir haben aber noch keine. Wie steht's denn Romantic-mäßig? Lauren, mhm, wir machen Progress. Aber wir haben noch keine anderen romantischen Dinger freigeschaltet. Das lässt mich irgendwie ein bisschen, äh, also wenn ich hier so gucke, so eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Insgesamt noch sieben andere Frauen, schrägstrich Männer. Also ich meine, Draco könnte da auch dazu kommen. Aber ich meine, ich will jetzt nicht mit Gava Gandalf da anbändeln, also. Ich meine, auch wenn sein Bart natürlich, mhm, Bart, sexy. Mh, ah, mh. Auch wenn er wahrscheinlich den ganzen Tag an seinem Bart rumknabbert, ne. Gucken wir mal, was wir so an Ausrüstung haben. Wir haben ja Loot gefunden. Wir haben ein Schwert gefunden. Quantity 1. Medium-Edged Weapon. One-Handed. Damage 11. Gucken wir mal, was unsere Sachen hier so an Damage machen. Damage 14. Damage 10. Er könnte das Schwert gebrauchen. Weil sie hat schon ein Schwert mit Damage 11. Äh, was? Haben die alle nochmal ein eigenes Inventar, oder war das hier? Der hat seine Axt. Aha, die haben also alle nochmal ein eigenes Inventar, kann das sein? Und das quasi das andere hier, das ist unser Gruppeninventar, oder was? So, also mal sehen. Sein Schwert ist ein bisschen krüppelig. Hier, Short Sword. 10 Damage. Critical Hit 1%. Und das hier hat... Ah, haben wir ja jetzt schon getauscht. Das hier hat 11. Speed minus 1. Hm, naja gut. Auf jeden Fall ist es besser als das andere Schwert. Das heißt, da haben wir schon mal getauscht. Und ja, Leaf, würde ich mal sagen. Das heißt, wir sind wieder auf der Karte. Was denn hier oben eigentlich? Was ist das? Okay. Plong. Plong. Achso, damit können wir die Karten... Ah, damit können wir weniger Hinweise... Weniger Namen sozusagen, die eingeblendet werden. Viele Namen, mittlere Namen, keine Namen. Ah. Ja, weiter nach Mount Kronos. Wir haben ja noch ungefähr eine halbe Stunde in dieser Aufnahme-Session. Tja, wir... Die Party kletterte die Berge rauf und runter tagelang. Und als sie plötzlich, äh, beziehungsweise endlich den, äh, den, die Spitze des, äh, Berg Kronos erreichten. Nee, als sie endlich die Spitze des Berg Kronos erreichten. Punkt. Es war eine lange Reise, aber so... Sie waren so kurz vor der, ähm, ja, vor der Krypta sozusagen von... Nee, Krypt? Ich bin jetzt echt so ein... Was ist denn das hier schon wieder? Gucken wir doch mal. Nicht, dass ich hier mit... Euch... Krypt ist doch normalerweise... Grabgewölbe. Gruft. Krypta. Ja, Krypta. Bevor ich hier denke, ich erzähle Quatsch, gucke ich lieber nochmal nach. Bevor ich jetzt sage Krypta. Und dann irgendjemand in die Kommentare schreibt. Ja, aber Krypt heißt doch was anderes. Hm. Hab ich nachgeguckt. Heißt Krypta. So, also, äh, wir waren schon ziemlich nah bei der Krypta, äh, wo sich das antike Schwert aufhalten sollte. Und das gab uns die Stärke, noch weiter zu marschieren. Hm, wir sind fast da. Ja, und sobald wir den Eingang zu der Krypta finden, ist das Schwert so gut wie unser. Tja, Gelächter, äh, heilte durch die Luft. Die Party, oder sie guckten sich alle um. In überrascht, überrascht um. Ähm, waren sich sicher, dass keiner von ihnen gelacht hatte. Sag mal, hast du das gehört, oder stelle ich mir jetzt schon Dinge vor? Nein, ich hab die Dinge auch gehört. Also, ich hab's auch gehört. Vielleicht ist da irgendwo jemand. Hm, aber dieser Kletter, diese Kletterarchie, die war so schwer. Ich dachte eigentlich, oben auf dem Berg wäre es leer. Da wäre keine Menschen. Seeläh. Dasselbe Lachen umgab sie schon wieder. Aber diesmal hörten sie alle, wo es herkam. Unbekannte Person. Ich hab schon Bäume geklettert. Die machen Kronos, äh, die machen, dass Kronos aussieht wie ein Ameisenhügel. Ken! Street Fighter! Hadouken! Hadouken! Zoryuken! Gut. Aspektiv! Mach ich jetzt nicht, weil dann würde ich hier alles durch die Gegend treten. Ja. Ein Mann, der eine Mönchsrobe trug, stand barfuß und mit überkreuzten Armen vor ihnen auf dem Weg. Sag mal, wer bist du? Sag uns deinen Namen! Lauren zog ihr Schwert, aber der Mönch hat noch nicht einmal geblinzelt. Ken blinzelte nicht einmal. Mein Name ist Ken, Meister der Wahrheit. Also, Sauzer, nein, er heißt Ken. Das ist Ken. Hallo? ZukunftstBM hat irgendwo hier jetzt ein Bild von Ken eingeblendet. Irgendwo links oder rechts von mir, über mir, unter mir, wo auch immer, ist ein Bild von Ken eingeblendet. Und wenn irgendjemand von euch da draußen sagt, nö, der sieht nicht aus wie Ken. Mhm. Ja. Guckt euch das Bild nochmal an. Ken. Definitiv. Was? Meister der Magie? Äh, Meister der Wahrheit? Bist du, äh, vielleicht irgendeine Art von, äh, gute Seele, die, äh, geschickt wurde, um uns, unser, äh, na, um zu testen, ob wir es wert sind? Ken lachte noch einmal. Nein. Ich kann, äh, ich, das kann ich schon sehen. Ich, äh, es, äh, was? Und, äh, es ist nicht sehr viel, was ich da sehe. Lauren, ja, grummelte und, äh, hob erneut ihr Schwert. Bereit, ihn anzugreifen. Ja, du kannst es gern versuchen, aber ich bin trainiert darauf, die besten Krieger in der Welt quasi, äh, standzuhalten. Warum hast du uns angehalten, wenn du keinen Bock hast, mit uns zu kämpfen? Äh, äh, was? Angehalten? Ihr seid die, die mich angehalten haben. Ich war mitten in einer Meditation, bevor ihr plötzlich hier hochkamt und meine Konzentration unterbrochen habt. Hm, Meister der Wahrheit! Du bist ein Mönch, der hat der Disciples of Truth, oder? Ja, und nebenbei machst du ein paar Straßenkämpfe, richtig? Da hast du recht. Sag mal, was machst du denn hier so oben auf dem Berg? So allein? Hm, das ist meine, äh, ja, meine, 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 äh, meine Festung der Einsamkeit. Ja, das ist meine Festung der Einsamkeit. Ken hat da seine Festung der Einsamkeit. Jetzt nicht mit Superman verwechseln. Der hat auch irgendwo im Eis seine Festung der Einsamkeit, aber, naja, zumindest war es das. Meine, äh, meine, ja, meine, meine netten Mönchs, äh, mein Mönchsgefolge sozusagen und ich haben hier die, äh, ja, haben hier den Winter verbracht, um uns von den, äh, bösen, bösen Sachen der, 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 der Gesellschaft zu befreien. Und dann kamt ihr plötzlich hoch und habt Hallo gesagt. Oh, hab ich natürlich vergessen. Hallo! Ja. Hm. Ihr seid hinter dem Schwert her, oder? Sag mal, was weißt du von dem Emberblade? Von der Emberklinge? Na, das, was jeder weiß. Es wurde hier von Mönchen, nee, es wurde von Göttern hierher quasi, äh, was? Ja, genau, es wurde von Göttern erschaffen, um, äh, nur dem Stärksten sozusagen sein, sich, naja, nur, so dass nur das Stärkste es benutzen kann. Na, du wirst nicht gegen uns kämpfen, um es zu bekommen, oder? Ich mein, ich hatte genug Kämpfe für heute. Nein, nein, äh, ich, äh, brauche keine Waffen, um zu kämpfen. Also könnt ihr es gerne haben. Ich werde euch nicht aufhalten, aber die Nekromensers werden es tun. Was, bitte was? Nekromensers? Was ist das denn jetzt für... Apropos, Lauren sagt auch. Nekromensers? Ja, und ihre Haustiere. Ja, ich denke, ich habe irgendetwas, äh, am Fuße des Berges vergessen. Ich glaube, ich sollte es nochmal holen. Ich hab vergessen, dieses Bügeleisen auszumachen. Äh, oder den Herd. Oder ich hab das Licht angelassen im Flur. Ich, äh, äh, eventuell ist auch der Wasserhahn noch offen. Du bleibst direkt hier, junger Mann! Verderbe es nicht für uns. Das sind einfach nur... Gelette und... Zombies! Ip! Ja, keine Sorge, Dora. Ich, äh, fürchte mich nicht vor den Untoten. Bleib einfach an meiner Seite, ganz nah. Also. Und verzeihe, wenn ich versehentlich mal, während ich dich beschütze, dir irgendwo an Stellen greife, wo man nicht hingreifen sollte. Sind diese Kriterien... Bläh, 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 sind diese Kreaturen wirklich so kraftvoll, so, so mächtig? Hm, äh, äh, mit ihrer Macht, die Toten und das Gepoppe, ihr Mikrofon, zu kontrollieren. Sie kämpfen in ihrem eigenen Territorium. Was, ähm... Ja, eigentlich. Wir haben keine Wahl! Wir müssen quasi dahin, um das Schwert zu kriegen, um unsere... Ne, unsere Freiheit ist, äh, hängt davon ab, dieses Schwert zu bekommen. Und meine Hilfe wird, äh... Dir auch noch helfen, deine Mutter zu finden, Loren! Die Nekromenzas erschrecken mich nicht! Wir werden das Schwert bei Sonnenuntergang haben! Hm. Ihr habt mir gar nicht erzählt, dass das eine, äh, Selbstmordmission ist. Also, wenn es darum geht, dann, äh, äh... Kein Problem, ich mein, geht einfach weiter. Du bist aber nicht wirklich ein sehr netter Meister der Wahrheit. Naja, also, ich hab euch gewarnt. Wenn ihr in diese Krypta da reingeht jetzt, dann werdet ihr definitiv sterben. Ich, ähm... Ja... Ich schlage euch zumindest vor, vorher die Monster um den Berg herum zu bekämpfen, um euch, äh, aufzuwärmen. Hm, das scheint ein sehr smarter Move zu sein. Ihre Majestät. Hm, Loren starrte in die Entfernung. Überdachte nochmal ihre Entscheidung. Es war klar, auf ihrem Gesicht zu sehen, dass sie, äh, keine Zeit verschwenden wollte und direkt in die Krypta marschieren wollte. Gabba Gandalf, äh, kam zu, kam hinzu und flüsterte Saren etwas ins Ohr. Hm. Selbst wenn wir, äh, selbst wenn wir mehr sind als sie, würde uns uns nicht tun, gut tun, diese, diese Krypta zu rushen. Also ich mein, äh, bringe ihr Vernunft bei. Tschöööööööööööööööiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017